CUTE BABY MILEY, der Kanal für Kinder Hallo! Heute Badewasserfarbe Blau und Badekonfetti. Lasst euch überraschen! Hallo! Hallo, grüß dich! Hi! Was hast du denn heute vor? Also ich habe mir vor, in den Konfetti und in den Komi-Bad zu gehen. Du willst baden? Ja! Was? Mit Konfetti. Und welche Farbe? Blau! Blaue Badewasserfarbe? Ja! Das hört sich ja gut an. Darf ich da mit reingehen? Ja! Sollen wir das zusammen testen? Ja! Das klingt ja gut. Okay, ich stelle mich schon mal da hin. Ja! Da muss man mal ganz wenig rein tun, weil die Wanne klein ist. So Anna, ich tu mal ganz wenig rein. Ui, wie der sprudelt! Cool! Siehst du das, Willi? Schau mal, wie sich das anfühlt. Mach mal! Geh? Fühlt sich voll toll an! Der sprudelt! Wir fliegen ja rein! Also, Anna, bist du als erstes oder ich? Ich! Du! Also, püff mal rein! Oh, ist das angenehm! Ja! Wie fühlt sich das an? Ganz, ganz normal! Ich frau mich noch nicht! Färbt das alles auf meine Kleidung? Nein! Und auf meine Haut? Nein! Nein? Okay! Dann ist ja gut, wenn das nicht färbt auf meine Haut. Dann gehe ich auch mal mit rein! Oh! Mh! Das riecht! Riech mal dran! Ah! Das riecht so lecker! Na, was riecht denn das? Mh! Irgendwie! Nach... Nach Kaugummi oder so! Mh! Nach Bonbons! Hahaha! Trau mich doch! Ich will aber jetzt schön entspannen! Kannst du tauchen? Ich nicht! Ich trau mich nicht tauchen! Jetzt trau dich! Nein! Ich bleib und will mich entspannen! Jetzt komm! Das macht doch richtig saß! Ja! Echt! Oh! Ich lieb dich! Einmal! Einmal tauche ich für dich! Aber so! Ich tauche so runter! Ja! Mh! Lass mich wieder runter! Äh! Lass mich wieder runter! Weißt du was, Anna? Magst du dich mal hinsetzen? Dann tun wir Konfetti rein! Ja! Okay! Schau mal wie das ist! Oh! Haltst du mal die Lilli auch fest? Schön! So! Jetzt tun wir Konfetti! Als abschließende Krönung kommen die Konfettis! Oh! Warte mal! Oh ja! Das sind ja schöne Konfetti! Fischig! Ah! Ah! Die sind ja glitschig! Und die Hände! Ah! Ah! Die sind ja seifig! Mille riech mal! Das ist ja seifig! Das löst sich! Ah! Ah! Das ist wunderlich! Schau mal Mille! Ja! Cool! Ah! Ah! Die kann man sogar alleine nehmen! Also allein nichts rein tun! Und dann so richtig auflösen lassen im Wasser! Oh! Das ist ja wie eine Maske! Schönheitsmaske! Bitte nicht auf die Augen! Anna! Wir bleiben jetzt mal im Wasser! Und entspannen uns eine Weile! Und dann schauen wir mal was wir weitermachen! Stimmt's? Ja! Wir lassen jetzt die zwei hier drin baden! Und sagen einfach Tschüss! Es macht uns Spaß! Ja! Ja! So richtig! 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 Spaß! Ja! Ja! Nie da! Haste wieder! Ja! Ja! Das ist ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020